Sie haben einen sehr großen Bürgermeister, das kann ich schon mal sagen. Ja, mein Name ist Tommy Krabbeis und ich habe zusammen mit meinem Kollegen Norme Köster und Erik Hafner dieses Produkt erfunden, was Sie jetzt hier unter diesem Tuch noch nicht sehen. Und ich möchte mich wirklich ganz, ganz, ganz herzlich beim Kimme-Kanal für den langen Atem bedanken, den er mit dem Produkt bewiesen hat, Frank. Vielen, vielen Dank dafür. Wir alle wissen, es gibt auch Fernsehsender, die probieren das eine Woche und dann schalten sie sofort wieder ab und haben gesagt, hat nicht geklappt. Aber für Bernd das Brot braucht man einen sehr, sehr langen Atem. Den haben Sie bewiesen und dass jetzt hier zu meinen und Bernds Lebzeiten, ohne dass wir knapp am Abnibbeln sind, schon ein, oder am Schimmeln, wie man immer so sagt, ein Denkmal enthält wird, ist wirklich eine sehr große Ehre. Und auch vielen Dank der Stadt Erfurt, dass Bernd hier auch ein Zuhause gefunden hat. Und vielen Dank an die ganzen Kinder und an die mittlerweile schon etwas älteren Kinder, die Fans von Bernd sind. Ihr seid die allerbesten. Vielen Dank. Jetzt müssen wir ziehen, Tom. Ja! Achtung! 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 Achtung!